Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Special Video. Heute ist der 24.12. und es ist Heiligabend. Und ich möchte das nutzen, um dir und deiner Familie frohe und besinnliche Weihnachten zu wünschen. Mit ganz vielen Geschenken, mit ganz viel Essen und allem, was du dir selber noch wünschst. Und das Allerwichtigste, was ich dir wünsche, ist natürlich Gesundheit. Denn das ist das Hab und Gut eines jeden Menschen. Ich möchte aber auch Danke sagen. Danke dafür, dass du in den letzten Wochen so zahlreich meine Videos geguckt hast, sie geliked hast, Kommentare drunter gesetzt hast. Und das ist für mich, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass da so viel Zuspruch kommt, dass die Videos so gut angenommen werden. Ja, ich bin da echt begeistert drüber. Und ich werde mir jetzt über die Feiertage ein bisschen Gedanken darüber machen. Wie es mit dem Kanal und wie es mit den Videos in 2018 weitergeht. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich muss mir jetzt nur überlegen, in welche Richtung. Beziehungsweise, was möchte ich jetzt mit dem Kanal machen? Wo soll es hingehen? Ja, das war es eigentlich auch schon. Bezüglich der Informationen wird es, denke ich mal, in den nächsten Tagen noch ein extra Video geben. Es wird auch noch ein Luminar-Video geben. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt nicht zu lang oder ich mache das jetzt nicht zu lang. Wie gesagt, ich wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit. Und dann hören wir uns nach Weihnachten garantiert. Beziehungsweise sehen wir uns nach Weihnachten garantiert wieder. In diesem Sinne, mach's gut. Bis demnächst. Ciao.